Im Namen Allahs, des Abahmas, des Barmherzigen. Im Namen Allahs, des Abahmas, des Barmherzigen. Für die Vereinigung der Gfreis. Ihre Vereinigung, während der Reise des Winters, und des Sommers. So, sollen sie, dem Herr dieses Hauses dienen. Der ihnen Speise nach ihrem Hunger gegeben? Und ihnen Sicherheit nach ihrer Furcht gewährt hat? Sadaq Allahul Adim Gott der Allmächtige, sprach die Wahrheit. Gott der Allmächtige, sprach die Wahrheit.